Hallo liebe Divisionagenten, ich bin's wieder, euer SMKOTI und willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute gibt's das Video zum dritten Trainingstag, da war Baby, Borsa, Jimmy, Me und Guido unterwegs. Ja, war eine heiße Partie, ein heißes umkämpftes Spiel, haben sie sehr gut gemacht, ich war leider nicht dabei, bin schon ein bisschen neidisch, die haben mich einfach nicht mitgenommen. Das war ein Tag, wo ich Pause gemacht hab. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, lasst ein Like oder ein Abo da, bis dann, euer SMKOTI. Also ich würde sagen, wir nehmen B1, gehen dann zu B2 und stellen da uns auf, dann kann unser restlicher Team, kann B3 dann einnehmen. Vielleicht raffen die das. Baby, immer schön dein Browser dranbleiben, ja. Er ist der Bauchnabel sozusagen. Da kommen die ersten Gegner schon, glaube ich, links, am B2. Da wollen wir ja hin, oder? Na, dann raus hier, los. B3 wird eingenommen. Von denen, ne? Ja. Dann lass uns zu B3. Alle dran? Ja. In der Mitte durch. Da, Gegner, Gegner, Gegner. Down. Schön davor stellen und heilen. Die Heilung funktioniert nicht, der scheiß D4. Hier links durch. Da hinten, Gegner, vorne. Da sind schon welche. Granaten hin. Achtung, rechts. Sir Henry. Heilung hier auf dem Boden. Bei mir. Rechts ist nur einer. Hab einen. Mach die Box weg. Gut. Zu Browser wiederkommen. Browser, du hast genau schossen, ich hab mich vollstreckt. Browser, mach an, sag mal, wo du hinlässt, bitte. B2, B2. Wir haben ja B3 schon. Wir haben ja B3 schon. Am besten direkt ne Kiste hin. Ich krieg die Leste weg von dir, Browser. Ist noch ne da? Perfekt. Da kommen Spieler. Hier hinten kommt einer. Wo? Zwei. Wo ich stehe. Achtung, geschützt, geschützt. Geschützt down. Puls ist raus. Da sind drei Gegner. Wo sind die durch hier irgendwo, oder was? Ja, hier ist einer mit dem Hut. Ich brauche Heilung, ich brauche Heilung. Ich bin sofort down. Bin down. Ja, bin tot. Aber das hat ein bisschen schneller nicht so schlecht geklappt. Ja, die sind zu dritt unterwegs hier. Äh, macht mal jemand eine Ansage, wo ihr seid. Jemmy, hinter dir. B2. Ah, okay. Komme ich wieder rübergelaufen. In den Heilkreis, Jemmy. In den Heilkreis. Okay. Wir verlieren B1. Mhm. Wo? Ja, ich hab einen bei B1, bin aber auch down. Ah, der Penner hat sogar noch eingenommen. Ah, scheiße. Da haben wir uns auseinander treiben lassen. Ja. War dumm, da rüber zu gehen. Ja, perfekt, danke. Ja, ja, ich werde wiederbelebt, alles gut. Ich bin auch weiter weg. Oh, heilung, heilung, heilung. Gleich wieder. Gleich wieder. Lebst du wieder? Lebst du wieder? Nee, ja. Ah, scheiße. Okay, B1 einnehmen. B1. Wir sind bei B1, genau. Ich nehm einen. Das ist jetzt die zu ruhig Ausrichtung. Okay, bei B2 ist gleich einer. Bei B2 ist einer. Wir gehen zu B2. Ja. Da sind ganz viele. Ja, perfekt für meine Granate. Einer down. Wo haben wir irgendwo eine Kiste stehen? Eine Heilkiste? Nee, kommt jetzt. Da kommt einer von links. Da kommen mehrere von rechts. Hinter dir, Brasser. Ja, ich bin gerade geschockt und tot. Naja, die sind sehr gut. Ich glaube, die arbeiten auch mit Brandmunition, kann das sein. Möglich. Ich bin nämlich ohne jeden Grund auf einmal in Flammen aufgegangen. Ja, gut. Ich merke, wenn du ein Talent hast, wirst du den ersten Schuss gegen Brand setzen kann. Ja. Ah, die laufen ja auch. Oh, da sind ja acht mit Ema unterwegs. Wo sind die? B1. Zwischen B1 und B2. Okay, dann lass uns doch mal da in die Mitte hin. Am Rand würde ich bleiben, Brasser. Also links von, also Richtung B3 eher oder was? B1. Ah ja, okay. Dann lass uns zu B1 gehen. Und das Ding wieder einnehmen. Dann kriegen die wenigstens die Punkte, wenn sie B komplett nehmen. Und die gehen jetzt gerade rüber zu B3. Von daher scheiß auf die. Okay, da kommen welche. Da kommen welche. Da ist einer. Einer down. Alter, sind die stark. Scheiße, lebt wieder. Ja, die. Link von hinten, komm. Komm, von denen. Ich hab dem gar nichts abbezogen, als ich den geschlossen hab. Einer down. Einer tot. Zweiter down. Zweiter tot. Komm in den Heilkreis, auf jeden Fall. Ja, bin ich drin, bin drin, bin drin, drin, drin. Dritter down. Ja. Sehr schön von hinten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut gemacht, gut gemacht. Heilbox mal weg zur B1, äh B2. Ja, B2. Das haben wir gut gemacht. Ich nehm einen. Ich bin schön von vorne beschäftigt. Achtung, B3 sind sie. Ja, wir, wir rotieren gleich zu B3. Da kommt einer. Zwei. Einer down. Und tot. Mach weg die Kiste. Die sind in der Mitte. Die sind in der Mitte. Die gehen rüber zu B1. Lass uns auch zu B1. Die sind hier oben auf dem Dach. Achtung, Schockgeschütz auf dem Dach. Ah ja, jetzt hab ich hier. Junge, wie viel hält der aus? Ja, der verliert auch gar nichts. Der Hammer. Ja, vielleicht wegen der Kiste, aber ich weiß es nicht genau. Heilung bei mir auf dem Boden. Boah, sind wir 1.000 Stück jetzt. Ah. Nichts. Alter, der nimmt überhaupt keinen Schaden, der Typ. 0,0. Fickt gar nichts ab. Nicht mal, wenn es wieder draufstehen. Ach, scheiße, bin down. Ich sehe zu, dass ich zu euch komme. Ich sehe zu euch komme. Ah, down. Okay, dann warten wir gleich vorne hier am Tor auf dich. Wie, wie, denn so weit, dass der überhaupt keinen Schaden nimmt? Na, im schlimmsten Fall Hacker, ne? Das ist überhaupt nichts. Eine Playstation? Ich habe auch keinen Schaden. Soll es geben, ne? No, wir haben auf jeden Fall noch B3. Ich würde sagen, wir treffen uns bei B3, weil da werden sie hinwollen. Alle damit einverstanden? Ah, geht es schon wieder da. Ja, Baby, zu B3. Jamie, wo bist du? Ich bin okay. Ich bin okay, ich bin wieder da. Aber ich war... Okay, dann zu B3 rüber. Baby, komm. Mhm. Oh, für uns sogar. Perfekt. So, hier die Heilkiste hin. Wie sollen... Da kommen der Erste. Da kommen der Erste. Ah, das ist der Penner, der keinen Schaden nimmt. Ich bin tot. Ich lebe wieder. Ich lebe wieder. Ja, ich nehme doch noch Schaden. Perfekt. Ich pulse. Da muss der irgendwelche Talente haben, die... Da kommen zwei. Die Talente gibt es nicht. So? Die Talente gibt es nicht. Nee, die gibt es echt nicht. Achtung, der Schütz steht hier. Ist schon weg. Okay. Ihr seid nicht im Heilkast drin. Rechts ist einer. Wo? Der rennt jetzt in die Mitte. Jamie, wo bist du? Tot. Ja, warum? Du bist viel zu weit draußen. Ich bin nicht zu euch durchgekommen. Also vier Mann da irgendwie im Weg standen. Hier, Heilung bei mir. Da rechts kommen welche. Einer in der Mitte. In der Mitte kommt einer. Wir haben uns dafür in der Zwischenzeit den Takt in die Mitte geholt. Achtung, hier rechts ist einer. Ah, jetzt hat er sich auch noch den blauen reingehaut. Ist down, ist down, ist down. Ich hab ihn. Der nächste auch down. Achtung, rechts ist er da. Wo bist du, wo bist du? Aber der ist so gut wie runtergeschossen. Ja. Ist er geschockt? Ist er geschockt oder ist er immun? Links, links, links ist er. Ah, ich bin geschockt. Scheiße. So, Puls ist raus. Achtung, hinten bei uns sind welche. Ah, bin down. Haben mich. Weil ich schockt. Bestandlich im Immunisierer drin. Bin auf dem Weg. Bruder, du musst zu den anderen. Ja, ich bin weg von den anderen. Wer sind die anderen? Wo sind die anderen? Ach, da sind die auf der anderen Seite. Naja. Ja, doch oben. Du guckst mir mal die Gruppe da an. Wollt ihr mich veralbern oder was? Na, die sind schon ganz gut, ne? Aber wir sind gar nicht mal so schlecht dagegen, möchte ich behaupten. Wie die wegküpfen und sich wiederbeleben. Ah, bin da runtergegangen. Den habe ich noch nicht genommen, aber das war wirklich, äh, äh. Ne, aber uff, der kippt ja nicht. Wie wollen die das da machen? Boah, der Typ nimmt null Schaden, ey. Ja, eben. Na, hier stehen zwei Schütze, drei Schütze, die zünder, eben nach dem anderen Tuls. Ich gehe außenrum, das bringt mehr als da von vornherein zu böschen. Bin wieder tot. Einer ist down. Zweiter ist down. Da kommt noch einer, Sir Henry. Und noch ein vierter. Sir Henry ist down. Hier ist Heilung auf dem Boden. Hier auf der rechten Seite. Einer steht von denen in der Granate. Baby, ich hab zurück in den Immunisierer. Die noch sind drin. Achso, ne, ich meinte Brasser. Ja, warte. Der läuft einfach da, wenn da passiert gar nichts. Dann zählt es immer. Granate vom Zelt. Hier ist ein Heimox. Einer down. Hinten bei uns im Kreis ist einer. Sir Henry wieder. Heilung auf dem Boden. Bei mir. Bei mir auch. Ich versuche, um die Box kaputt zu schießen. Dann versuchen wir, die kaputt zu schießen. Granaten einsetzen. Ja, ich hab gleich keine mehr. Ja, Junge. Ich seh hier nur schnell. Ah, bin dauernd. Da gibt man nichts mehr zu sehen. Boah, ich werd nur noch angezündet, ey. Ist aber erst mal Feierabend hier drin. No, wir haben's überlebt. Da außen ist noch einer. Sir Henry. Von der anderen Seite kommen sie auch wieder. Bei B3 ist einer. Schockgeschützter gestellt. Wo steht unsere Kiste? Auch von hinten, von hinten, von hinten. Von hinten, von hinten, ja. Der Typ ist dauernd ich auch. Ja, bin tot. Ah, ich kann jetzt ja wieder bei euch spawnen. Ich geb mir meine Handgranaten wieder, die brauche ich jetzt. Und weg ist er. Alle tot, alle tot, wa? Oh, wir haben komplett B. Geil. Da ist noch einer, da ist noch einer. Kommt der nächste. Kommt der nächste. Wo ist da, wo ist da? Links. Sir Henry ist da. Meine Güte. Ah, okay. Nicht mal weg. Zu viel Schaden. Ah, und bin schockt. Kommt direkt wieder, das wird nicht normal. Oh, scheiße, mich haben sie jetzt. Oh, von hinten kommen. Highbox steht. Ah, bedauernst. Ah, fuck, ich wollte gerade wieder beleben. Ja. Macht wenig Sinn, wenn du so umkämpftest. Aber das macht Bock. Unglaublich. Alter, Felder. Dafür nehmen die Parallelen noch A ein, du. Ja, musst du überlegen. Und die nehmen null Schaden. Also selbst wenn die nicht in einem Heilkreis nichts, gar nichts stehen. Meine Bomben, zwei Stich, gräsen uns den ein. Das passiert nichts. Was 400.000 fertig gelten. Na, wenn die aber exotische Schadenminderung und alles sowas drin haben. Auch auf Mods, also. Das lohnt sich schon. Wo seid ihr, Jemmy? Ich bin bei dir. Ja, aber exotische Schadensminderung hat nichts mit den Kugeln zu tun. Doch, doch. Ist exotischer Schaden. Doch, klar. Nee, alle ist außer Kugeln. Okay. Alle ist außer Kugeln, ist exotischer Schaden. Da hinten ist einer down. Ah, wird wiederbelebt. Scheiße. Wow, ich bin auch down. Ich versuche mal irgendwo... Ja, nee, tot. Das ist sehr gut. Oh, jetzt geht's jetzt schon von hinten Schaden. Oh, ich habe mich jetzt oben drauf. Gleich noch mal ein. Links auf den Gordon. Na, fuck. Die Highbox von denen ist weg. Na, zumindest eine. Ich bräuchte auch mal wieder hin. Was war's? Noch zwei Minuten und Sie siegen. Na, immerhin siegen wir in zwei Minuten. Junge. Mal auf mich anzuzünden, ihr Penner. Jemmy, das ist eine hervorragende Idee. Da mache ich mit. Guido auch. Perfekt. Wo seid ihr? Oben drauf. Heilung hier? Hier ist ein Gegner. Junge, hör mal auf. So zu rennen. Was ist denn mit ihm? Jetzt doch wieder hier oben. Der Sack. Nur nach dem Geschütz gestellt. Hm, das machen Sie gerne. Wer ist denn immer denn den hier? Ja, egal. Hauptsache tot. Am besten den, der weniger hat schon. Bei den anderen. Heilung hier auf dem Boden. Bruder. Macht wenig Sinn. Nee, die sind ja auch nicht. Ich kann dir da ja nicht vertragen. Das sieht er gar nicht. Die sind drei Leute drauf und das zieht ihm nichts ab. Wie mal mit der Schrotz hinter auf dem? Ich bin tot. Du darfst ja auch nicht überleben. Nee, sollte er zumindest nicht. Also irgendwas ist da nicht ganz koscher. Nein, ich doch. Rollbomben, null Effekt hier. Auf den Korb schießen, bringt sowieso nichts. Boah, jetzt haben wir jetzt tausend Flammen getötet. Ich habe zwei. Ich komme hoch zu euch. Ich komme hoch zu euch. Ah, okay. Ich hatte mir nur gedacht, ich nehme die beiden auf den Weg zu euch noch eben mit. Alter Scheiter. Hohohoho. Huuuu. Das war gut. Und punkte technisch. Junge, 22.000 Punkte. Alter. Wie geht das denn? Wie viele Kills habe ich denn gemacht? Oh, 18 Kills. What the fuck? So, das war das Video zum dritten Trainingstag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer SM Koti.